Moin meine Lieben, ich grüße euch, ich hoffe euch geht es allen gut. Nach Mailand ist Offenbach und so stand eben, wohin, wie auch immer, das nächste, vorletzte Testspiel dieser Saisonvorbereitung an, vor gut und gerne 6000 Zuschauer am Biberer Berg. Ja, zur Aufstellung, Timo Horn, Schindler, hinten rechts, dann Kilian, REMB und Isi auf der linken Abwehrseite. Bevor ich gleich weiterrede, REMB soll wieder zurück zu Bayern, woanders hingehen, weil er bei uns keine Chance kriegt oder soll und jetzt spielt er in einer Tour. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er bis zum 31.8. noch bei uns bleibt, wobei die Laie kann ja auch jederzeit aufgehoben werden, das muss er nicht bis zum Ende des Transferfensters sein, das ist jetzt Quatsch, was ich gerade sagte. Aber ich bin mal gespannt, wie lange der Bengel jetzt noch bei uns bleibt, weil wenn er jetzt doch irgendwann geht in 2-3-Wunde, frage ich mich, warum er die ganze Zeit spielt, dann hättest du auch heute Smile jetzt spielen lassen können. Nur mal so im Wald geschrien. Außer man haben sich, die haben sich jetzt irgendwie doch geeinigt, dass er denn jetzt doch zumindest bis zur Winterpause bei uns bleibt. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich denn schon. Gut, auf der 6 wieder in der Raute dann Erik Martel, davor dann Dennis Husimbasic, der Ex-Offenbacher. Auf der linken Seite meiner, auf der 10 Schwerten und vorne dann im Sturm unsere Granaten Andersen und Dietz. Ja, erste Minute, 40 Sekunden gespielt, Timo Horn, ja weiß ich nicht, ob das Bären stark war oder ob er schon mit dem Reflex dahin gesprungen ist oder ob er eher mehr angeschossen worden ist, wie auch immer, Riesenchance für die Offenbacher. Horn ist da und pariert, ja, hast du gut gemacht, Timo. Ja, ansonsten muss ich, bevor ich auf Spielballer eingehe, also das hessische Rundfunk hat das tausendmal besser in HD sogar übrigens, als hier Magenta-Verein hier von gestern da gegen Mailand zum Kommentator des Spieles. Also junger Mann würde ich denken, auch Offenbacher Bub und alles, er hat es ja insgesamt ganz gut gemacht. Aber dieses, wie er das dann immer so dargestellt hat, der Kölner hat so gemacht und da war gar nichts, der Schiedsrichter pfeift aber, er sagt nichts. Und wenn es dann umgekehrt war, wenn die Offenbacher gefault haben schon etwas doller, so ein Bein stehen gelassen, hohes Bein oder der eine Typ da, der da easy, völlig unnötig umrennt und alles oder in die Beine rennt, ja, die sollen sich alle nicht so anstellen, hat er da erzählt, weiß ich nicht. Also, dass du in Offenbach Bettwäsche pennst, cool, Digga, sei Fan, hab eine Dauerkarte, feuer deine Truppe an, aber du bist in dem Moment Kommentator dieses Spiels, also ein bisschen mehr Neutralität tut dir schon ganz gut. Also du gingst mir schon so ein bisschen auf die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen. Die 6000 Fans, ja, haben sich Stimmung gemacht, dann waren sie wieder leise, wobei unsere Fans waren jetzt auch gestern nicht wirklich laut, auch nur ein paar Mal, als das dann der Fall war, war es okay. Deswegen habe ich auch gesagt, die Stimmung für so ein Event, deswegen ja auch Event-Fans gestern, war in Ordnung, aber insgesamt war es dann schon ziemlich mau gestern. Heute letztendlich auch in Offenbach, da sitzen ja auch natürlich viele Familien und alles da, da schreit das Kind wahrscheinlich lauter nach einer Bratwurst für 8 Euro, als dass der Vater da jetzt aufsteht und seinen Verein da Lautschlag anfeuert. Könnte ja peinlich sein. Ja, wie gesagt, wir hatten ziemlich Glück in der ersten Hälfte da, irgendwie an die Latte und Timo Horn, ja, weiß ich nicht, einmal beim Rauslaufen, wobei, ne, die haben noch zweimal an die Latte, ne, genau, zweimal an die Latte, erste Hälfte. Einmal war es irgendwie eine Flanke oder sowas da, da will er raus, bleibt stehen, steht wieder im toten Raum und, ja, wir haben Glück, dass der Ball gegen die Latte geht, vom Kopf aus und dann nochmal einen Schuss aus der zweiten Reihe. Schusstechnik war schon sehr gut von diesem Knöll, glaube ich, den muss man mal beobachten, wie der sich in Offenbach da schlägt. Jetzt nicht, weil der jetzt einer für uns wäre oder sowas, das will ich gar nicht sagen, aber der hat heute schon ganz gut gespielt, da bin ich mal gespannt, wie er sich denn da halt in der Regionalliga denn schlagen wird. Ja, wie gesagt, zweimal Latte, Glück gehabt. Ansonsten, ja, schwere Kost bei uns, ne. Also, die hatten auch nochmal andere Angriffe, wo sie aus der zweiten, im 16, vermeintlich, zweiten Reihe, anderthalb Reihe, wie auch immer, im 16 aufs Tor geschossen haben, wo einmal Martel und noch jemand sich dazwischen geschmissen haben, sonst hätte es auch schon klingeln können. Also, es war schon schmeichelhaft, dass wir da mit dem 1-0 in die Pause gegangen sind. Wobei, kurz vor der Pause hatte Dietz nochmal eine gute Kopferchance, die hat dann der Torwart von Offenbach, der Richter, per, ja, schnellen Reflex am kurzen Pfosten dann auch irgendwie abwehren können. Ähm, ja, ähm, die Wechsel, die dann vonstatten gingen, waren dann halt Benno Schmitz für Schindler, ab der 46. natürlich, ähm, und Ohlissen kam dann halt für Schwerten, ja, wohl zum Anlaufen halt, ne. Ähm, ja, ansonsten gab es dann erst wieder ab der 60. plus Minute der in den großen Wechsel, ähm, bis auf Köpping und Smajic wurden alle Spiele eingesetzt, ähm, die ich jetzt soweit nennen werde. Alle anderen, die ich jetzt nicht nennen werde, haben trainiert oder sind halt noch angeschlagen beim Aufbautraining. Ähm, ja, Hübers kam dann für Kilian, Schabot kam dann für R&B, Pedersen kam für Easy, Pedersen wieder für mich solier Bärenstahl, also wenn der gesund bleibt und, ähm, wenn der weiter so spielt, wie er spielt, jetzt, also so die letzten, seit dem Grasshopper Zürich-Spiel gegen, gegen Milan und auch heute, ist eine Bank, ist einfach eine Bank. Also da haben wir echt jetzt ein Luxusproblem, ähm, weil Hector wird der Zeiten auch wieder denn komplett fit sein. Ja, ja, dann Thielmann kam für Dennis Husimbasic, der übrigens, habe ich ganz vergessen, in der zwölften Minute natürlich das 1 zu 0 für den großen 1. FC Köln erzielt hat, ähm, ja, vorher hätte es schon vermeintlich klingeln können, den hat der Torwart Richter aber, keine Ahnung, da irgendwie rausgefischt, dann ging der Ball wieder raus auf die linke Seite, Main hat ihn reingeflankt, ähm, irgendwie, ich glaube, Dennis hat ihn irgendwie verfehlt und dann hat ihn Andersen am Schienbein, vom Schienbein prall der Ball dann wieder zu Dennis zurück und der hat ihn dann eigentlich in die Kurzecke dann versenkt. Wie gesagt, das war das 1 zu 0 für uns, ist mir jetzt völlig entgangen bei der ganzen Chancenbucherei da, die die Offenbacher haben liegen lassen, ähm, gut, Horn hat einmal stark gehalten, einmal hat er im Negenwo gestanden, ähm, hm, ja, ähm, ich glaube, sonst hatten wir noch eine vermeintliche Kopfballchance von RMB oder so, aber, ja, wie gesagt, mit der Aufstellung und, wie gesagt, die Beine dürften jetzt mittlerweile zum Ende hin der Saisonvorbereitung wirklich schwer sein, jetzt kommt ja nochmal am 22. das Testspiel gegen den holländischen Vertreter unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ähm, bis dahin, äh, wird man dann auch mehr die spielerischen Elemente einbauen und dann halt auch die Frische reinbringen, jetzt ging es halt nur knallhart um die Kondition, deswegen auch gestern und heute das Testspiel, damit die Jungs halt laufen. Ich muss mich aber selber verbessern, ich habe eigentlich gesagt, gegen Mailand und jetzt Offenbach werden die vermeintlichen jüngeren Spieler nicht mehr spielen, ähm, ja, gut, Smeichelsch war jetzt halt nicht dabei, ähm, ein Sucherneck hat jetzt heute auch gefehlt, aber ein Schmied spielte, ähm, ja, Olesen und, und, und Schwerten, gut, Schwerten kann man noch dazunehmen, Olesen weniger, der hat ja letzte Saison schon Bundesliga gespielt bei uns, ähm, ja, hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, aber man will dann wohl den vermeintlichen, ja, drei Sterne Aars, ähm, Profis vom 1. FC Köln, wie sie alle heißen, wie Skiri, Hector Modest, Kainz und Uth und alles, denen hat man dann halt heute eine Pause gegeben, die haben aber trainiert, individuell, wie auch immer, Dudas halt im Aufbautraining, Tegas, Tegas genauso, ähm, ja, ja, Lubicic soll wohl vermeintlich, Verdacht, so heißt es, wohl möglich, weiß ich nicht, ich habe auch nichts mitgekriegt gestern im Spiel, irgendwie einen Schlag abbekommen haben, oder mit dem Spieler zusammengerasselt sein, wohl eher, weil am Kopf hatte er, glaube ich, nichts so wirklich Schlimmes, ja, wie gesagt, Verdacht auf Gehirnerschütterung, keine Ahnung, oder es ist irgendwas mit dem Kreislauf gewesen, oder keine Ahnung, also, er wird jetzt erstmal ein bisschen rausgenommen, ein paar Tage, und dann sollte das aber eigentlich wieder gehen. Wenn er eine Gehirnerschütterung hat, ist natürlich ungeil, ähm, ja, das ein oder andere, oder den ein oder anderen Spieler so rum, naja, hat es schon mal seine Karriere gekostet, jetzt nicht zwingend beim Fußball, aber jetzt so beim Eishockey oder beim American Football war dann eigentlich auch schon Feierabend. Ähm, ja, wie gesagt, erstmal gute Besserung für dich, Dejo, natürlich für alle anderen auch, die jetzt irgendwie angeschlagen sind, ähm, kleines Wehwehchen haben, oder irgendwie ein Pflaster brauchen, ähm, ja, also insgesamt müssen wir einfach froh und glücklich sein, dass wir im Grunde keinen neuen Verletzten dazu bekommen haben, ähm, sondern dass im Grunde jetzt alle Spieler fast wieder spielfit sind, also das ist wahnsinnig geil und ein irres Luxusproblem. Und ja, wenn es ins Eingemachte geht, so vor dem Pokalspiel, da muss Baumgart aber einigen Spielern sagen, nö, ne? Ja, muss man mal gucken, wie die Spieler denn damit umgehen. So, ähm, zweite Hälfte insgesamt, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, es war schon besser von, von Kölner Seite aus, ähm, wir haben da nicht mehr ganz so viele großkarätige Torschancen zugelassen, ähm, wie gesagt, einmal war wieder so ein, so ein, so ein Ball, so eine Flanke von, von links außen, ähm, Husin hat sich gelöst von Schabott, ähm, ja, Horn auch wieder nirgendwo, kam zwar raus diesmal, griff aber am Ball vorbei, Husin hat den Ball übers Tor geköpft, übrigens Ex-Kölner hat man eine Saison bei uns gespielt, ähm, da hat es eigentlich auch schon irgendwie wieder klingeln können, wenn, wenn Husin ein besserer Europaspieler wäre oder größer wäre als 1,79, ähm, kurzer nach hat Horn aber auf der Linie bärenstark gehalten, also hat er zweimal im, im Fünferstrafraum hohe Bälle, was ja sowieso seine Schwächen sind, Strafraumbeherrschung katastrophal ausgesehen, aber, ähm, wie gesagt, nach 41 Sekunden und diesen Ball dann, den er dann da echt stark, ähm, ja, von der, nicht von der Linie, kurz vor der Linie halt kratzte da, ähm, mit der Parade, das hat er schon gut gemacht, also im Grunde zwei Scheißsachen, zwei Top-Sachen, ähm, ist in Ordnung, ne, also, wenn Horn jetzt da so in dieser Form ist oder bleibt, denn, und er mal irgendwie rein muss oder sollte, weil Marvin sich dann doch verletzt, was wir alle nicht hoffen, aber es kann ja leider immer mal sein, dann ist Horn dann halt auch zur Stelle, ne, nur bei diesen hohen Dingern, da, hm, ja, müssen wir halt hoffen, dass die vorher irgendwie weggeköpft werden oder Horn dann doch mal die richtige Entscheidung trifft und dann auch mal vernünftig als Torwart. Früher, ich, zu meiner Zeit, habe ich auch immer gedacht, jeder Torwart, der ist immer 1,90 groß und jeder holt Ball, den haben die locker runtergepflückt und dann guckst du Bundesliga und die Torhüter, die da am Tor stehen, wo du mal sagst, was macht der da? Na ja gut, ähm, hauen wir jetzt nicht auf vorn rum, ähm, wie gesagt, zweimal da stark gehalten, ähm, dafür großen Respekt, das sah schon gut aus. Ja, ansonsten, wer hat mir gefallen? Wie gesagt, Petersen war gut, ähm, Adamian hat übrigens, ähm, auf der 10 nachher gespielt, Ohlissen ist dann übrigens auf die 6 gegangen, nach dem großen Wechsel in der 61. Minute und Adamian hat dann auch schlussendlich dann das 2 zu 0 erzielt, nachdem der Torwart Richter den Ball nach vorne gebolzt hat, an die Mittellinie Kopfball von Ohlissen zu Lämperle, denn Balland dreht sich, spielt ihn in den Lauf von Adamian, der läuft noch zwei Schritte, schiebt ihn dann in die lange Ecke, Tor 2 zu 0, ähm, ja, was jetzt mit den Offenbacher Fans los waren, nachdem sie teilweise ihre eigenen Jungen schon angefeuert hatten, mit UFC und keine Ahnung, ähm, ja, brüllten sie dann da erste Liga, keiner weiß warum, okay, dabei habt ihr doch alle Chancen sind versemmelt, ähm, ähm, ja, als das 2 zu 0 fiel, ähm, habt ihr auch sofort wieder angefangen, erste Liga, keiner weiß warum, weiß ich nicht, hält man eigentlich die Schnauze, packt seine Sachen und fährt nach Hause, ähm, ich glaube noch kurz danach haben sie noch geschrien, ohne Schiri habt ihr keine Chance, aber der Schiedsrichter eigentlich vermeintlich mehr für euch gepfiffen, wobei ihr tendenziell hättet sogar einen Elfmeter kriegen können, ähm, man hat irgendwie keine wirkliche, oder eine Zeit drüber hat man gesehen, das sah schon aus, als ob Petersen da diesen Bositsch oder sowas wieder heißt, der übrigens in einer Tue gefallen ist, ähm, schon getroffen worden ist, ähm, da hat der FC dann wohl vermeintlich dann auch Glück gehabt, ja, mag alles sein, Banane, ähm, ja, wer hat mir sonst gefallen, ich gucke mal einmal auf meinen schlauen Zettel, ähm, meiner hat oft viel versucht, ähm, mit Geschwindigkeit zu machen, ähm, ja, Dietz und Andersen waren eigentlich beide abgemeldet, war jetzt nicht wirklich was, Dietz war eine Möglichkeit, ähm, ja, Mattel hat zwar zum Anfang des Spiels gut Bälle abgeräumt, aber nachher auch oft glücklos im Zweikampf gewesen, soll jetzt alles nichts heißen, oder, oder starke Kritik sein hier, wie gesagt, die Jungs sind auch kaputt mittlerweile, oder sollten sie sein, kann man auch verstehen, ähm, wir haben alle groß reden oder sowas, warum geben die nicht Gast oder so, aber, pff, würde ich jetzt noch drei Wochen mitspielen mit, mit meinen fast 41, dann würde ich hier nicht sitzen und irgendwie Videos für euch machen, weil ich dann irgendwie drei Wochen erstmal im Bett liegen muss und erstmal, ja, mich erholen müsste, ähm, meine aktive Zeit, die war zwar auch gut und erfolgreich, aber, ähm, ähm, ja, wie gesagt, als aus Fansicht sagt man immer, ah, da muss noch mehr kommen eigentlich, weil, und du bist noch Profi, aber, ja, wie gesagt, dann doch dieses tägliche Trainieren und dann diese ganzen Einheiten, mindestens zwei am Tag und, ähm, ja, also gerade in der Saisonvorbereitung, die erste Zeit, wo es dann größtenteils um die Kondition geht, ähm, da tut dir dann auch schon einiges weh, halt, ist ganz klar. Ja, ähm, letztendlich, ähm, erfolgreicher Test, was das Ergebnis angeht, vom, ja, größtenteils spielerischen, teilweise auch Glück gehabt, ähm, ja, muss man schon sagen, ein bisschen schmeichelhaft, ähm, aber letztendlich geht es ja darum, dass die Jungs sich einspielen, dass sie stärker werden und so weiter und so fort, apropos stärker werden, Kilian sah man auch an, dass er auch noch ein bisschen hölzern ist, nicht umsonst wird er Holzfuß genannt, ich glaube, Kilian braucht jetzt noch wirklich zwei Wochen Training und das letzte Testspiel gegen den holländischen Vertreter Nijmegen, ähm, ich denke mal, dass er da auch spielen wird, um sich schneller, besser spielfit zu machen, außer, außer, durch das Training schafft er das schon von alleine und wenn er es nicht schafft, dann würden da wahrscheinlich Hübers und Schabott spielen und die dann vermeintlich auch im Pokal die erste, oder das erste Innenverteidiger-Dobel sollte Kilian bis dahin, bis zum 30.07. nicht, ähm, ja, spielfit sein. Ähm, Isi muss sich auch loben, ähm, der wurde einmal ordentlich umgerannt, ähm, hat sich dann natürlich aufgeregt, weil das unnötig war von dem, äh, Offenbacher Spieler, ähm, dafür wurde Isi, der ja unsere frohe Natur ist, ähm, ja, bis zu seiner Auswechslung ausgepfiffen, ähm, ja, auch sehr geil, ähm, ja, er zeigt halt echt, echt, ähm, ja, Einsatzer sowieso ist klar, aber er, er will, er will, er will, er will und das ist gut, also da, wie gesagt, Benno muss, das stachelt ja dann auch Benno an, weiter gute Leistung zu bringen, also da mittlerweile in, in der Verfassung, wo sie beide gerade sind, ist es mir völlig fast egal, wer da spielt, ähm, da können wir eigentlich auch nur froh sein, dass wir da jetzt zwei im Grunde gleich starke Spieler haben mit unterschiedlichen Qualitäten, ne, Isi mit seiner Geschwindigkeit dann halt noch, ähm, ähm, dieses Unbeholfene, so, wo er reinkommt und gleich nach drei Minuten eine gelbe Karte zieht, hoffen wir mal, dass das auch sowieso wegfällt und dann passt das eigentlich schon, ähm, ja, ich bin, wie gesagt, echt gespannt, was mit R&B passiert, ähm, ja, Abbruch, Laie, hat alles keinen Sinn, weil man hat dir gesagt, du spielst hier nicht, jetzt spielt er doch jedes Spiel, ich weiß das nicht, ähm, wie gesagt, sollte der tatsächlich in zwei Wochen sagen, ja, tschüss Köln, ich gehe woanders hin, denn, keine Ahnung, was da kommuniziert will, weil das würde ich dann schon ein bisschen komisch finden. Ähm, ja, ansonsten, ähm, kann ich ja nochmal erwähnen, wer heute nicht gespielt hat, außer jetzt halt Smilic und Köpping, die ich jetzt halt nicht erwähnt habe zu diesem Testspiel heute, Hector, Modest, Kain, Schwebe, Uth, Dudat, Tickets, Lubicic, Suchanex, Giri und Urbig, wenn man jetzt mal alle nimmt, die jetzt auch generell in der Saisonvorbereitung dabei waren, die haben heute nicht gespielt oder waren nicht dabei, haben individuell trainiert oder hatten frei oder was auch immer, also die waren heute sowieso nicht im Spieltagskader. Ja, das wär's von mir, einmal die Kommentare voll klatschen, ähm, wie ihr das Spiel gesehen habt, ähm, ja, ansonsten, ähm, habt einen schönen, schönen Abend, genießt das Wetter, jetzt kommt nochmal eine ordentliche scheiß Hitzewelle hier, das geht mir richtig auf den Sack hier, ähm, 25 Grad reichen in Deutschland, aber diese, weiß ich nicht, 30 bis 36 Grad hier, das ist ja Katastrophe. Ja, also schlaft schon mal vor, weil die nächsten Nächte werden scheiße. Äh, naja, wie gesagt, meldet euch, ich freue mich, ich versuche wieder alles zu, ähm, beantworten mit der Zeit, und ja, dann hören wir und sehen wir uns dann ganz bald, wenn ich dann wieder was zu erzählen hab. Haut rein, macht's gut, tschüss. Hm.